Der Kraken an. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Mir auch. Lass uns nach einer guten Eingestelle suchen. Okay, los. Ein, der ist nicht das Schiff. Ja, ne? Vertreiben. Gut, vertrieben. Was ist das? Eine Kraken. Schnellangriff. Ah, gut, ist weg. Danke, Luca. Bitte. Ha, du hast eine ja weg. Was ist das? Oh, was? Eine Kraken. Oh, sie hat sich fast gekämpft. Oh, danke, Lucas. Tschüss. Bitte. Tschüss. Ende. Ende.